So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Im letzten Part sind wir hier zum Leben Raffi gegangen. Und jetzt machen wir uns auch wieder auf den Weg zum Eisporst. War ja quasi unser Hauptziel momentan. Und das wollen wir eigentlich aus den Augen verlieren. Aua. Das hat mir viel weh. Oh, die liegt mir da. Oh, die liegt mir doch. Na ja. Was ist das Schleise drin? Ein Bonbon. Oh ja. Alter. Ich hab's auf der Freise. Wenn ihr zwei nicht macht, was ich will. Kaputt. Schildkrötenmanns. Aber. Luft. Luftwass. So, da oben waren noch ein paar Gegnern. Ich kann dich einfach mal wegklatschen. Weil ich bin gut und die sind schlecht. Und da lädt ich dich auf den Rücken freiwillig, weil er Angst vor mir hat. Ich kann das nicht beurteilen. Er geht weiter. Einfach durch. Ich meine, was lässt du dich aufhalten? Du bist ja schämpft für dich denn nicht? Unheilvolle Musik. Utsch. So, äh, blub. Was ist da? Da geht ein Gang lang. Ja, schützt dich mit deiner heiße Magie. Verzögert deinen Schaden. Äh. Zum Schneemann noch's tu mich nicht! Zweites Blöder, der heiße Magie. Du bist zum Schneemann. Mhm, 36 Schaden. Oh nein. Jetzt geht die fette Musik wieder. Scheiße. Mann, ich sag nur, er macht mich nicht zum Schnee, Mann. Mann. Jetzt nicht. Jetzt geht's nicht schwer. Fehler. Ja. Nuff mal hier rüber. Jetzt ist ja noch ein Weg zu Hause. Geh kaputt. Geh kaputt! Geh kaputt! Geh kaputt! Los! Ah, ja. Jetzt geh ich noch mal da rüber. Jetzt geh ich noch mal da rüber. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich meine, es wird schon gebraucht haben. Och, nö, nee. Blödes Schleim da! Zabablob! Zabablob! Me zube ich Perdü writer! Homie zu wählen! Oh, diesene Schleim ist weg! 2 Staaden ist kaputt! Ich will aufám Tier auf 10 South! Blanzkicopa! Oh ne, oh ne, oh ne, böse Wolke. Seilber angekloppt. Ha, jetzt nicht auf dem. Ich hätte dich geschlagen dafür. Ha, ha. Also ich bin ja echt cool. Ha, ha, ha. Nicht lustig. Nein, das war schon richtig. Ich hab's gerade bitte nötig. Langsam. Bitte nötig so langsam. Aua. Aua. Na, wir müssen doch langsam fahr- Oh, weiss. Jetzt kann er's nicht mehr. Blöde. Blöde, mein Gott. Geister lassen sich nicht so toll angreifen. Oh nein. Wir bekämpfen Wissen. Greift das Horn. Es ist böse. I hope. Es ist böses Wissen. Ich glaub, da komm ich jetzt mit Schlägen nicht durch. Ich hab irgendwie's Gefühl, die haben was gegen mich. Ich hab irgendwie's Gefühl, die haben was gegen mich. Der Typ ist noch gar nicht. Gibt's denn zu mir da nicht, ne? Boah. Irgendwas will mich doch hier gerade argeter- hart abverbrochen. Ey, es, es, es geht, naaah! Die Gegner kotzen mich jetzt hier nicht nur langsamer an. Ah, ich will da. Obenrum, hinsch, Mädel. Ist nicht so wie bei Kerlen mit eingebautem GPS im Hirn. Ha, ha, ha! Eingebautes GPS im Hirn. Mistig. Oh, schlägen Sie mich nicht durch. Oh, nein! Hilfe! Was habe ich gemacht? Neeeee... Neeeee... Du blöde Drachenechse. Mistviech. Ich will. Ich will. Ich will. Aber ich will. Ich will. Krigoo. Jetzt kann ich die ein bisschen besser fliegen. Oh, das stimmt. Ich werde etwas machen. Ich werde etwas machen. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein. Ich weiß nicht, dass ich sie angreifen kann. Ach, alle drei drauf. Ist ja nicht so heftig. Fisch-Echse. Die Daimac nicht die, die ich zuerst angegriffen hatte? Fische ist ja auch falsch. Das ist sehr schlecht. Das ist noch nicht so spät, mein Freund. Okay, boah. Danke schön. Jetzt gehen wir weiter. Ich wusste, es war eine Falle. Nein. Eigentlich wusste ich es nicht. Ach, komm, komm, äh, komm. Jetzt bist du schon wieder cool in den Stuhl. Moment, ob das was hilft. Ja, äh, ist zu tun. Komm, klatsch. Komm, klatsch. Komm, klatsch. Oh, Mann. Darf ich nix machen? Nix darf ich ja machen. Ja, wenn ich noch mal steck, könnte auch scheiße angreifen. Hm, der Weg in der Mitte der sieht nicht so toll aus. Ja. Ja, das ist nicht so toll. Ja, ja. Ich bin nicht so toll. So... Feitschen! So, was ist das jetzt schon? Vielleicht will ich auf mich wechseln? Ich wechsle mal auf mich! Nein! Teleporter! Böse Augen ignorieren! Das sieht jetzt nicht so toll aus! Erschwindet von ihr! Habt ihr nicht gehört? Ja, bleiben! Das wäre besser gewesen! Ihr hättet auch nicht gehört! Pfff! Als ob ich auf so ne Stimme höre! Ah! Gut! Das wäre doch besser gewesen! Ja, haaa! Es ist mir aber von mir drin, ja! Oh, ah! Nein! Nein! Ach stimmt! Jetzt kann ich ihn ja nicht angreifen, weil ich Eis klinge! Jetzt kann ich ihn nicht angreifen! Ich schiebe da ein... Brumm! So viel Leben wird er jetzt nicht holen, hoff ich, hoff ich, das ist immer so ein guter Satz, hoff ich mal. So, Kilo! Ah Agh! Ja, das habe ich schon gehört. Ich kriege das, wie ich es mir so nicht mag. Das war Justus immer noch. So, dann müssen wir wieder heilen. Heile uns, blöde Groot! So, dann müssen wir wieder heilen. Heile uns, blöde Groot! Nicht einfach angreifen. Das findet er auch nicht so toll. So. Das war Piss, das ist schon wieder. Gibt's da nicht hier. Vielleicht wird doch unten. Der läuft da rum wie Gollo. Oh, jetzt flöster! Heile! Oh, dann geht's nochmal. Bist du sehr stark, du fangst! Jaaaaaaaaaa! Ohhhhh... Jetzt kriegst du wieder Feuer in der Freddy-Song. Vielleicht ist es gestiegen. Das war aber Levy. Ja, das ist so wie das Levy ist gestiegen. Jetzt teilen wir doch schon ein bisschen mehr aus. Ja, jetzt ist er gleich tot, glaube ich. Ja, und tatsächlich ist er stolz, Hascha. Und, ist er genutzt? Ja, ist er. Ja, jetzt ist er kaputt. Hooray! Und weiter geht's. Boomerang ab, erhalten. Und wie? Jetzt Party. Der Weihnachtsmann. Das ist er. Weihnachtsmann. Alter Geselle, geht es dir gut? Ja, danke. Aber ich bin so dumm gewesen, Rudolf. Ich war so traurig, dass die Kinder dieser Welt nicht mal mich glauben. Also dachte ich mir, Weihnachtsmann, du musst dagegen etwas tun. Irgendjemand hat mir einmal erzählt, dass Mana-Bäume besonders groß werden. Also bin ich losgezogen, um mir einen Mana-Samen zu besorgen. Ich wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten züchten. Kaum hatte ich den Samen gerührt, wurde ich in einen Eismutanten verwandelt. Es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, Mana zu kontrollieren. Ihr habt den Mana-Samen. Ich brauche ihn. Ja, ihr braucht ihn. Machen wir's einmal. Naja, immer dieser böse Weihnachtsmann. Naja, dann würde ich sagen, war's das an der Stelle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.